Hier, der sich rüberdreht zu mir. Ja. Ah, da hat man das. Das ist ein Sternerrätsel. Ich spring ihn genau drauf, ich bin ein Mongo. Da freue ich mich gleich, wenn ich so dumm bin. Ich muss noch mal anklicken, oder? Ich komme hier raus. Ja. Okay, aber jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Das ist immer so deppert, wenn ich da schon hin. Aber rauf nicht, ich müsste ihn dann rupfen, oder? Hä? Rauf nicht. Ich muss jetzt sein. Das ist ein Heber. Haaah! So dumm und leicht wie das Spiel ist, ist es gleichzeitig wieder schwer. Oh ja. Fang mich, du blödes Vieh. Aha! Haaah! Ah, was jetzt? Da unten. Da unten ist ein Ding zu rein. Ich komme da sicher zum Hebel hin. Da unten. Da hinten. Da unten ist es. Was ist das? Wir haben eine andere Richtung aktiviert Komm verpiss dich Da haben wir das letzte der Glocke gelöst Jetzt würde ich so nach Seilen hinnehmen Super Wieder ein Speicherpunkt noch Mal schauen Schau Rechts um siehst du immer wenn er ein Speicher tut Okay Die Tür geht nicht zu? Super Wahrscheinlich muss ich jedes einzelne machen Schau mal kurz was da steht Da steht wahrscheinlich mache alle Rätsel Ja schau Oh mein Gott Ah da stehen die Du hast auch schon Du sagst schon oder? So du kommst links oben raus Oh warte mal Da war aber irgendwas mit Aber du bist da noch kein Loch drin Und wenn ich es schon geschafft habe Muss ich immer das merken oder? Wahrscheinlich Egal Ich werde jetzt auf jeden Fall einmal Jetzt haben wir das Rechte Komm jetzt mal das Linke Dann das Unterrad Dann ist die Linke Seite fertig Dann ist die Linke Seite fertig Neh Dann ist das Der Das macht's Sägen Dann ist der Dann erstmal Dann ist der Das macht's Dann ist der Dann ist der Dann ist der Haha Was ist das? Was ist das? Kommt der Hegel durch Ich hab das glatt und was auch Das ist eine Bombe? Was ist das? So, hier mal hingehen? Aua! Ich weiß, ich muss sicher noch mal da zurück Kann ich ihm hinterher gehen, glaubst? Was ist das? So, wenn man sich drück einmal auf den Trollstick, schau Das sind keine Granaten Oh ja Das hat sich gerade aktiviert, oder? Ja, schau mal wieder Nice Lager nicht Ok, scheiße Dann war der Weg zu tun, oder? Ich schau mal wieder Ich schau mal Ja, da ist ein Drogen Geh lieber einen anderen Weg Ja Da weiß ich jetzt schon, wie da zu machen ist Ja Es ist ein Drogen Ich schau mal wieder Ich schau mal wieder Ja, das ist ein Drogen Nein. Nein, nein, nein. I don't know. Aha, schau. Warum rechts nicht? Wahrscheinlich ist Feuer nicht entfacht oder irgend sowas. Shit. Da schaut das Feuer. Ja, friss mich. Vielleicht muss ich zum anderen rüber, ja. Wird aber nicht schwer. Eigentlich. Ja, ich weiss, ich bin zufrieden. Ja, ich weiss, ich bin zufrieden. Ich war zufrieden. So. Dann machen wir rennen, ne? Dann machen wir das da ab. So. Dann gehen wir wieder. Okay, da ist nichts. Dann kriegen wir den Sound wieder. Ja. Rüberlaufen müssen wir, gell? Oder den zweiten rein. Sicher? Ganz sicher? Nein, das ist im Hebel. Jetzt müssen wir das rein. Aha. Dann den Hebel. Dann den Hebel. Jetzt in das untere rein, ne? Ja. Oder rechts. Oder noch einmal in das zweite da hinten rein. Ja, eben, in der linke. Nein, nein, nicht in das linke, in das da. Das ist jetzt auch frei. Ist das linke oder seite? Normalerweise hopp ich jetzt da rein und komm ganz rauf, ne? Aber schau her, ich sag da was das da ist. Jetzt haben wir das Feuer einfach. Und jetzt wieder rüber, ne? Ja. Na komm. Hallo? Ja. Ja. Ich weiß schon, wir machen uns schon. Ja. 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 Ich schau dir aber das unten rein. Ah, da steht doch. Da steht auch Krandl da drin. Ah ja. Aha, schau. Scheiße, das sind Läufer. Ja, und ein Hund. Und einer anderen. Erschießt da hin. Ja, aber das ist nicht schlimm. Sie schießen ihn. Die übernehme ich, dann stirb er. Hoffentlich. Was machte ich, ob die den Tempel drin sind? Ich muss mit dem Hund erschießen. Hoffentlich, aber wenn so eine Kugel oben ist, was mich dann abschießt, gibt's gar nichts. Was machte ich? Ja, freu dich, du Arsch! Mach da! Das tut mir viel! Stopp in das Maul! Ich muss den Regie-Moment abpassen. Moment, der hat sich jetzt umdreht, runter und dann bin ich wieder. Okay, genau. Da hat's ja geheißen, da ist der Hund. Und da vielleicht einen Hebel ziehe, kommt er. Mach da nicht, ey. So, wenn er jetzt zurückkommt, dann kann ich ihn erschlagen. Das gibt's ja nicht. Was ist denn das für ein Scharfschütze? Was ist denn das für ein Scharfschütze? Verdammt. Ja! Wuh! Ich bin... ische. Ich bin... Schau, ich zeig dir aus der Kranz. Es gibt nur eine Möglichkeit. Bist du verdeppert? Aber schau, was wir nicht haben. Oh ja, der hat gesagt... Ah, shit! Die Klappentöner. Shit. Ich muss ihm da schießen. Da oben? Ah, nein. So, pass auf. Da wird alle mit runterlocken. Noch besser, dass wir taktisch angehen. Der jetzt hin, ja? Weil ich kann jetzt nicht den Gong aktivieren. Sonst kommen die Hunde. Nein, die kommen sonst. Hast du es gesehen? Na wursch, jetzt kann ich noch einmal in den Kreis gehen. Hä? Ja. Ich habe mich nicht drückt oben. Links. Was? Links oben im Hebel. Ich bin nicht drückt. Ja, das weiß ich eh. Aber das sind die Dinger, schau. Ja, ich weiß. Das war wahrscheinlich nicht so, wie man es normal machen muss. Nein, das war wahrscheinlich ein Ding. Okay. Ich habe wieder eins geschafft. So. Dann fangen wir unten an. Oh, das ist schon cool das Spiel. Ja. Ist ja was für dich. Ja, nein. Ja. Ich habe die Geduld, glaube ich nicht. Okay, da waren wir in den Kreis. Ich zeig jetzt einmal, Kreis heizen dich. Okay, aber ich weiß auch nicht mehr mehr. Ja, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, das ist hier. Mach mal ein bisschen die coloured. Sie fangen doch mal mit. Jetzt steifen die. Ja. Gut. Jetzt muss ich auf. Du nutz dich irgendwie runter und hast die auch steifen. Ja. Ich weiß, was sonst nicht. Nein. Was ist das? Was ist das? Und wo ist denn hin? Gibt's da drüber? Aha! Sockeham, versteckt? Ok, ich muss den irgendwie aufschalten Oh ja, schaff! Oh ja, schaff! Oh ja, schaff! Oh ja, schaff! So, was ist da? Er ist leicht, glaube ich Den müssen wir nur rüberlocken Nicht, dass er mithupft! Ja! Und jetzt? Was ist da? Ich bin nicht der Werke! Ich bin nicht der Werke! Ich bin nicht der Werke! Okay, dann muss ich in die andere Richtung schauen. Komm runter. Da ist es drüben. Woher denn Scheiß? Zuerst drücke ich da drauf und dann laufe ich durch den Checkfire. Wo ist eigentlich das hinter dich hingegangen? Ah, ich weiß schon. Wo ist eigentlich das hinter dich hingegangen? Ja. Ich weiß nicht. Wir werden sie gleich sehen, glaube ich. So schnell hat er sich noch nie bewegt. Ja. Und vor allem hat er es gemacht, was du wolltest. Ich glaube ich habe noch bis 8. So genutzt noch. Von der Idee her vom Ansatz war es schon richtig. Nur die Ausstellung war dann ein bisschen falsch. Ich habe mir eine Aufgabe gesagt. Sie haben sich hier aufgetragen, okay? Ich habe ihn mit. Aber ich weiß nicht. Also war es nicht mit. Ich habe ihn mit. Das ist ja das Blöde, die ich mir nicht draufgestanzen habe. Jetzt streiten die unten. So ist es. Oh, ich weiß nicht, ob ich hinbekomme. Na, wie gesagt. Ja, das passt nicht, das sind so... Soll man ja. Aber es gibt es wahrscheinlich in jeder Welt und wir haben es verpasst ein paar Mal. Na egal, Hauptsache durchgespielt. Oh, weg warst. Okay, da muss ich dann später zurück. Was? Was? Komm, spring runter. Was? Was ist das? 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 Das Spiel müssen wir jetzt die ganze Zeit machen. Was ist das? 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 Ich glaube, ich habe mich nicht gesickt. Was ist das? Ich muss einen nach dem anderen. Dann verfolge dich auch, wenn du dich nicht gestehrst. Dann verfolge dich auch, wenn du dich nicht gestehrst. Dann verfolge dich auch wieder. Was ist das? Es springt nicht, ich habe es viermal gerückt. Nein, das ist doch viel, glaube ich. Das ist eh nicht das Hauptziel. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Scheißer. Ja. Ich versuch's noch einmal kurz zu lassen. Warte, vielleicht kannst du zum Warten, neben Ampel, hallo und follow me. Sagen wir mal hallo? Das macht ja leider keinen Unterschied. Ja, aber wenn alle die auf einmal folgen, und du kannst wieder... Das habe ich schon vorher versucht. Jetzt wieder um einen Millimeter. Springer werden gestörter, wahnsinniger Mensch. Dr. Ape. Ape. Interimiert werden, Ape. Er hat sich auf der 교論. Ape. Schau, er springt nicht mehr hin. So. Was geht zu für? Wir haben sie nicht mehr. Ich will es jetzt noch mal. Hallo, sag ich schon direkt. Ich bin bereit. Ich scheiß drauf, ich lasse dich verrecken. Ich lasse dich verrecken, das ist viel zu viel Zeitverschwendung. Scheiß auf die, sonst sterben. Ja nur wegen dem einen Viech eigentlich. Naja, aber das ist ja der Sinn der Sache. Naja. Die Frage ist nur, wo bin ich jetzt hingegangen, dass ich die Übelöffner sind.